Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Es handelt sich dabei um den BHS, Doppelwellen-Chargenmischer vom Typ DKX. Der wird zur Produktion von Betonen aller Art hergesetzt. Den können Sie für die Produktion von Staudamm betonen, wie beispielsweise in den Longtan-Damm in China oder jetzt haben wir eine Großbaustelle in Tibet oder in Afrika in Sambia für Staudammbau einsetzen. Sie können aber auch für Transportbetone jeglicher Art bis hin zu Fertigteilelementen einsetzen. Wir haben diesen Typ Mischer mit zwei Wellen 1888 erfunden und der gilt eigentlich weltweit als der Branchenstandard. Selbst wenn Sie dem Mischer nur eine Umdrehung laufen lassen würden, er würde noch mischen. Und das Ganze auch dreidimensional. Das heißt, jedes Partikelchen kann sich im Raum des Mischers überall wiederfinden. Dadurch haben wir halt die Möglichkeit, auch kleine Mengen, die Sie dann zuführen, in dem Mischgut auch homogen über die gesamte Masse unterzubringen. Bildung Untertitelung. BR 2018